so da la ich hoffe jetzt funktioniert es jawohl hallöchen herzlich willkommen zu assassin's creed origins ich bin der franconia schön dass du da einschaltest wir sind jetzt hier gerade im menü denn ich wollte euch noch was zeigen wir haben hier einige neue prüfungen prüfung anubis prüfung des sachmet und prüfung des sobek alles stufe 40 wollte ich euch nur noch mal sagen weil ich halt eben kann beziehungsweise weil ich es eben weiß beziehungsweise weil es eben anzeigt ja wenn man sowieso nicht machen müssen momentan jetzt selber stufe 22 alter kannst du vergessen kannst du vergessen so werden aber heute jetzt pass auf wo sind wir heute ja hier könnte man hin hier könnte man hin hier man fragezeichen wenn wir das mal gleich annehmen so vogel kannst weg dann machen wir uns nämlich auch hier speicherte wir machen uns nämlich gleich hier auf dem weg warte mal wenn der hier speichert so ist die weltkarte nicht verfügbar ich meine ich auch hier speichert wenn ich hier wieder hingehen würde dann würde der theoretisch hier speichern gebt den weg frei hey ich bis hier daher kommen wir auf wert junge ich bin mir schon wieder auf den nerven so ich bin hier frei vom krokodil mit meinem talent nicht mit meinem talent sicherlich nicht jetzt dachte ich das ein krokodil dabei war ich nur so ok hier haben wir nie pferde wir lassen mal das nie pferd sein die pferd nie pferd sein das ist doch hier bestimmt weiter was weiter hypodorus ähm ich guck hier mal mich ein bisschen um hier können sie zum glück nicht hoch hier könnte ich auch theoretisch hoch kann ich da interagieren um zu wissen was hier passiert ist vielleicht so haben wir hier was hier sind papyrus aber können wir nicht mitnehmen hier ist alles eingestützt ah guck mal hier da ist einer ach hier sind Typen von euch da ist eine höhle ach du gott hier sind Typen von euch komm dich nehme ich aber mal mit dann glaube ich weiß ich schon wo ihr seid beziehungsweise wo es hier was zu looten gibt ich dachte ich kann mit dem erst reden ne ist das mit dem passiert ach das ist nur der geier ok wer hatte hier gemorchelt und gemäuchelt und schieß mir doch sonst noch mal ja hier nix ne ok dann gehen wir mal rein in die hülle ich denk mal hier werden was das alles nun 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 kochstelle nun scheldschwert schatz geplündert sehr schön ach weiler hypodorus weiler ich hab's jetzt gelesen weiter hypodorus ok ähm hätten wir das auch erkundet gehen wir doch gleich weil wir's können zum nächsten zum nächsten ja glauben die engen komisch dass da nur einer war was ist das neue ordnung entdeckt krokodilchen ist ok schaut's damit die pfeile aus vielleicht schauen dass ich hier noch ein paar schritte runter kommen ok ok der schwarze ist bestimmt der könig ne ja hab ich mir schon gedacht sind das baby krokodile hier oder ganz ruhig brauner ganz ruhig ok hier getötet ja aber die jungs möchte ich natürlich auch noch liegen na die jungs möchte ich nicht bluten oder ok der pfeil und bogen bringt mir hier jetzt gar nix eigentlich deswegen werden wir nochmal gucken ob wir da vielleicht noch na jagdbögen raubtierbogen mehr haben wir nicht ich glaube es ist tatsächlich gescheiter hier wenn ich die sote wische nur mit einem pfeil und den rest mäuchle ich einfach so wo ist der andere wo ist der dritte wo ist der dritte jetzt das ist ein riesen Viech du willst du mich verarschen so schwere keule geil ist das da oben warte mal warte mal wir probieren da gleich mal die schwere keule aus nein 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 ausrüstung weil muss eben kaum qual können hier auch hier feine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. So, als nächstes, ja. Wie gesagt, als nächstes Glide-Request hinterher, beziehungsweise das Ausrufezeigen. Nur warum ist der abgehauen? Sind wir hier richtig? Ach, lech mich fett. An Thieler Außenposten, hab ich den schon bekommen. Ach, das ist der. Ha, schwere Keule. Luden, luden, luden. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. So, Schatzplünder und töte den Kommandanten. Ups. Ups. Wo ist der Kommandant Leichtfuß? Aber Mord ist ja ausgebaut, ne? Ich bin hier. Uiuiui, kommst du her? Er kommt her, sehr schön. Du hättest nicht herkommen sollen! Du ahnit, mein Freund, du ahnit. Wir sind halt natürlich in einem sehr, sehr blöden... Wo sind wir hier? Das hier ist alles Sperrgebiet. Alter, wie groß ist denn das? Erstmal die Lage checken und alle markieren, soweit es geht. Das ist scheiß aus, oder? Jawohl! Für das, dass es so groß ist... Muss ich doch sagen... Das ist so großartig, dass ich hierhin habe. Jawohl. So. Gib Arou, mein Freund. Gib Arou. So, haben wir hier noch was? Hier haben wir nichts mehr. Wer spricht hier? Wer spricht hier? Oh, du Stahl! Geh weg hier! Was war das? Was? Sehr schön. Hier haben wir noch einen. Ist ja normaler, wie es ausschaut. Arou! Für wen denn? So, Plündern. Hauptmann. So, komm mal mit. Die legen wir hier ab. Wenn mir das nicht auf bläde Gedanken kommt. So. So, da drüben ist noch einer. Was denn? Ist aber nicht der, nicht ist nicht der. So. So, mein Freund. Kommst du näher her? Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Naja, Vorsicht ist halt besser als Nachsicht, ne? So, dann schnappe ich mir noch hier den da oben. So. Endlich wieder Schwere. Ach, jetzt haben wir hier mal ein bisschen einen Überblick. Ach, da sind Katzen. Sind die schon wieder neu? Ach, siehst du das? Da drüben ist auch noch einer. So, sollten wir aber hinkriegen, ne? Fühl mich aber hier doch ein bisschen... Keine Ahnung, fühl mich hier gar nicht so sicher eigentlich, ne? War da hier keiner gestanden? Ich muss schon sagen, die sind ja alle ganz, ganz blöd irgendwie drauf. Also aufgestellt, meine ich. Doch alles hier ist ja komisch, sooo... Ach, Gott, oh Gott, da haben wir auch noch einen. Sauber. So, Schatzplündern. Damit er nicht seinen Beutel haben. Schau mal hier noch. Uh, Kohlenstoffkristall. Luden, Luden, Luden. Den da hinten würde ich mir halt gern schnappen, ne? Der tut nix, der tut nix mehr heil. So. Ah, guck mal einer an. Ach, wie cool. Hammer alles, oder? Warte. Sind da nur welche, oder? Was meinst du mit der Arbeiten zusammen? Oh, oh. Hey, hast du das gehört? Sei wachsam, Bruder. Ich deck dich. Sei unbesorgt. Oh, oh. Wirklich? Oh, oh. Oh, oh. Hast du was gehört? Du kommst hier nicht vorbei! Wir sind eine Faure! Verschaffst nie mehr Zeit! Geht los weiter! Das ist mit dem kaputt. Hey, was? Da bist du ja! Verschaffst nie mehr Zeit! Scheiße! Was hat der denn? So, wo ist der jetzt? Kommt der nochmal? Ja, kommt nochmal! Er kommt ja nochmal, der Kollege! So, sehr schön! Geil, geil, geil! Ist das ein Auftraggeber? Das ist ein Auftraggeber da drüben, ne? Sehr geil, wir müssen nicht in mich, aber trotzdem nochmal geschwind hier oben gucken. Denn hier haben wir natürlich noch was zum Luden, 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 Luden! Und sonst also für das, dass es hier doch recht groß ist, alles. Gab's dann doch recht wenig, so! Protest-Nebenquests, geil! Könnten wir eigentlich machen, ne? Die Nebenquests, Stufe 13! Wisst ihr was, dass wir das alles in einem Paket, quasi in einer Folge reinkriegen, machen wir hier eine Folgenpause! Und wir sehen uns wieder zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Origins! Macht's gut, Servus, euer Franconia!